Freie Hand für Rechtsbrecher und Gewalttäter, aber drakonische Strafen für einen kleinen Mann, der mal einen Papagrafen nicht beachtet, sei es aus Unkenntnis, sei es aus Absicht oder der sagt, ich probiere es heute mal, vielleicht komme ich durch damit. Ich bin ein überzeugter Anhänger des Rechtsstaates, aber die großen Lumpen muss man schwerer aufs Hirn hauen, als man die kleinen Leute verfolgt.